Auf Instagram hält Sarafina Wollny ihre Fans stets auf dem Laufenden, was ihre Zwillinge Emery und Casey und andere Dinge aus ihrem alltäglichen Leben betrifft. Gerne präsentiert sie zudem ihre neuen Errungenschaften für ihren Kleiderschrank. So auch in ihrer Insta-Story, in der sie ihr neues Ich zeigt. Sarafina posiert dort in einem engen Spaghetti-Träger-Top mit Tigermuster. Das Oberteil hat einen V-Ausschnitt, der mit Spitze besetzt ist. Dadurch kommt ihr Dekolleté zum Vorschein. Die Wollny-Tochter sieht in dem Top echt einfach super aus. Auch ihr selbst gefällt der Look, sagt sie in dem Videoclip. Sarafina scheint die Glamour Shopping Week 2022 richtig ausnutzen zu wollen, die in diesem Jahr vom 2. bis zum 10. April stattfindet. Sich selbst hat sie noch ein weiteres Oberteil und ein schickes Dress bestellt. Und auch die Zwillinge sind nicht leer ausgegangen. Emery und Casey haben zwei süße Latzhosen bekommen.